Jo, wir wollen uns heute nochmal eine Winkelbeziehung im rechtwinkligen Dreieck, habe ich abgekürzt, bezogen auf den Einheitskreis beschäftigen. Gehen wir nochmal auf den Einheitskreis ein. Einheitskreis deswegen, weil die Einheit, die ich wähle, ist 1. Dann kann ich mir nämlich einen Haufen Ärger ersparen, wenn ich hier ein Koordinatensystem reinlege und sage, das ist 1 und hier ist 1, dann ist der Radius 1. Ich nehme jetzt wieder einen typischen Winkel, der nennt sich wie immer Alpha, wissen wir ja. Hier, Alphachin, ich glaube ich muss mal Pause machen und ein bisschen dünner einstellen. Die Auflösung kann ich jetzt nicht ändern. Dann machen wir es mal so, ich zeichne mal verschiedene Strecken, kleine Strecken ein, mache hier eine grüne dazu. Erinnern wir uns mal, ich mache das doch mal ein bisschen größer, so, also ein bisschen größer, zwar nicht schöner, aber erinnern wir uns mal an folgendes. Wir haben die Einheit 1 aus folgendem Grunde gewählt. Wenn ich sage, hier, ich habe ja ein schönes rechtwinkliges Dreieck, hier ist ein rechter Winkel, ne? Und dieses Dreieck, das hat die Hypotenusenlänge 1. Denn bis hierher geht der Radius, hier, bis hierher geht der Radius. Und der Radius ist 1, R ist 1. Eine Längeeinheit. Ich mache das mal wieder weg. R ist 1, dran denken. Und jetzt kommt das Schöne an der ganzen Sache. Wenn das so ist, jetzt mache ich das nochmal extra, dieses Dreieck, hier und hier und hier sind diese entsprechenden Linien. Hier habe ich meinen rechten Winkel. R ist 1, dann habe ich einen riesen Vorteil. Bezogen auf diesen Winkel Alpha kann ich sagen, das Rote ist die Gegenkathete. Ich kürze es mal mit GK ab. Und das ist die Hypotenuse, dieser Radius 1. Das ist die Hypotenuse. Und wir wissen ja, dass Sinus, in diesem Fall von Alpha, Gegenkathete durch Hypotenuse ist. Also Gegenkathete durch Hypotenuse. Naja, normalerweise ist es ja nur ein Ausrechnen von irgendwelchen Längen, dass ich sage, das ist so lang, geteilt durch das Blaue, das ist so lang. Und ich kann mir hier die ganze Geschichte des Teilens ersparen. Ich kann nämlich sagen, das rote Ding ist direkt als Sinuswert auflesbar, weil ich mir durch 1 schenken kann. So, dann kann ich sagen, das ist schön, freue ich mich. Dann könnte ich ja auch sagen, der Cosinus Alpha, was ja bedeutet, die Ankathete, die anliegende Kathete, das ist hier die Ankathete, AK, hier, das hier, also nicht der Winkel, sondern die ganze schwarze Linie, der wird ja errechnet durch Ankathete, also mittels Ankathete durch Hypotenuse. Das ist luxuriös, genauso, weil ich sagen kann, naja, die Länge, nochmal durch einzutellendes Schmuck am Nachthimm, kann ich mir alles sparen, müsste eigentlich auch so gehen. Ja, Mikrofon geht. So, und wenn ich das so habe, dann bin ich in einer riesengroßen Vorteilslage, dann kann ich sagen, ich kann direkt an der Länge hier ablesen, wie groß ist denn der Sinuswert. Und jetzt zur Erinnerung, ich werde mir dann dieses Einheitskreis hier nochmal schnappen, zur Erinnerung, man kann, indem man diesen blauen Radius rotieren lässt, diesen Zeiger immer rotieren lässt, hier das Ding immer hier rumlaufen lässt, immer rum, immer rum, kann man dementsprechend sagen, dann wird also die rote Linie, je höher ich komme, immer größer, kann aber maximal 1 werden, wird dann wieder kleiner und so weiter und so fort. Und daher kommt diese schöne, typische Sinuskurve. Für alle, die es nicht wissen, Sinus heißt übersetzt Busen. Man kann sich diese Kurve dann schon schön vorstellen, jedenfalls als Mann. Gut. Aber zurück zu unserem mathematischen Problem. Es geht um dieses hier. Wenn ich sagen kann, dass das rote Stück und das schwarze Stück und das blaue Stück Bestandteile eines rechtwinklichen Dreiecks sind, dann kann ich daraus sagen, so wie Pythagoras c² ist a² plus b² allgemein lautet, kann ich auch sagen, Moment mal, das rote, nennen wir es einfach mal a, die rote Linie, und dann gilt also Sinus von α in Klammern zum Quadrat. Und genauso kann ich hier zu der Ankathete sagen, das ist dann streckenmäßig. Wir teilen uns durch 1, das können wir uns sparen, können wir sagen, naja, und Cosinus α in Klammern zum Quadrat muss dann, weil das ja schon eine fertige Länge ist, durch 1 zu teilen ist Quatsch, muss dann sein, naja, c², und da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Aber Moment mal, c², das können wir uns doch ersetzen, das geht doch viel besser, indem ich schreibe, das ist 1², und auch das Quadrat lasse ich jetzt wieder weg. Schwupp. Und das Ganze kann ich auch, man schreibt es auch gerne so, 1 ist Sinus²α, damit meint man das Gleiche wie Sinusα in Klammern zum Quadrat, Cosinus²α, und dann ist der Satz klar. Und das jetzt umzustellen, ist überhaupt kein Problem. Noch was. Es gilt grundsätzlich, dass der Tangens des Winkels, hier in diesem Fall wieder α, gleich Gegenkathete durch Ankathete ist. Gegenkathete geteilt durch Ankathete. Das ist ein Grundsatz, den kann man überall nachlesen. Aber jetzt bezogen auf diese Sinus- oder Cosinus-Werte, könnte ich demzufolge was sagen, Tangens-Alpha ist. Und jetzt Gegenkathete, gegenüberliegend von dem Winkel, ist also Sinus-Alpha geteilt durch Cosinus-Alpha. Ob das so funktioniert, das werden wir gleich mal sehen. Jetzt kam der Einwurf, ja, für einen Einheitskreis mit Einheits 1, da ist das ja ganz schön, geht das auch mit größeren, und dann haben wir das ganze Ding mal verdoppelt, ja, das geht genauso. Also c² ist a² plus b², gilt auch in einem größeren Dreieck. Muss ja. Und da der Sinus- oder Cosinus-Tangens immer nur ein Verhältnis von Seiten ist, ein Verhältnis, in dem ich Seitenlängen durcheinander teile, Gesundheit ergibt dann dimensionslose Zahlen, deswegen klappt das auch mit größeren Winkeln. So, das bis dahin. So, jetzt haben wir diese Beziehung, das war die eine, die ist wichtig. Hier, die, die ist wichtig, die brauchen wir. Jetzt kommt noch eine zweite wichtige. Wir hatten ja eigentlich gesagt, Tangens, hm, ist Sinus durch Cosinus. Das ist nichts Besonderes, aber, das werden wir nochmal ausprobieren, ob das noch besser geht. Und zwar, wenn man das wie folgt ausdrückt, als Tangens²-Alpha soll sein wie Sinus²-Alpha durch Cosinus²-Alpha. Und dieses Experiment haben wir auch mal mit dem Taschenrechner nachvollzogen, wir wollen das jetzt nicht herleiten, auch diese Gleichung gilt. Und jetzt ist der Rest, was man im Tafelwerk findet, Schmuck am Nachtarm. Ich merke mir die nicht. Was im Tafelwerk steht oder Formelsammlung steht, merke ich mir nicht, weil ich kann jederzeit umstellen, was da so groß geschrieben ist, wenn ich sage, Sinus²-Alpha ist gleich minus Cosinus²-Alpha rüber, heißt das also 1 minus Cosinus²-Alpha. Genauso kann ich umstellen und kann sagen, 1 minus Sinus²-Alpha ist größeres Quadrat-Alpha und so weiter und so fort. Also die Umstellereien, die kann man sich selber merken. Das ist nicht das Problem. Wenn man sich über den Pythagoras klar ist, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass auch noch das gilt, also hier der zweite Satz, Tangens²-Alpha und so weiter, dann hat man es eigentlich schon in Tuz. Jetzt fragt man sich manchmal, wozu brauchen wir den ganzen Quatsch? Ihr berechtigte Frage, berechtigt insofern, dass man sagt, ja mein Gott, reicht das nicht aus, wenn ich hier diese paar grundsätzlichen Winkelbeziehungen, die hier oben stehen, wenn ich die kann, müsste es doch genügen. Und dann hat man den Sinus-Alpha durch Cosinus-Alpha als Tangens-Alpha, was kann ich mir eigentlich schenken? Richtig, fast. Es sei denn, man ist irgendwann in der 12. oder 11. Klasse oder was auch immer, selbst in der 10. wird sowas schon drangenommen, in Niedersachsen zum Beispiel. Da muss man das dann deswegen wissen, weil es beim Aufleiten, also beim Integrieren durchaus passieren kann, dass man solche Ausdrücke rausbekommt. Und solche Ausdrücke, die dann irgendwie zu verwenden heißen, ich stehe dumm da, wenn ich nicht weiß, worum es geht. Okay, ich schließe das Video an der Stelle ab. Keine Fragen weiter? Gut, mache ich dicht.